Das ist okay, oder? Das ist sehr nett, ja. Zurecht, denn es sind in der Startliste zwei Kanadierinnen. Vielleicht hat Damon Warner deswegen gesagt, bitte die Ahornblätter. Leider nur eine am Start, nämlich innen Lindsay Schwarz, USA, dann Hanne Maudens, Belgien, Adriana Schuweck, die mit dem wirklich super ersten Tag, die Polin und ganz außen Georgia Ellenwood und ganz ganz außen Niki Odenarden ist nicht mehr am Start. Daher wieder nur vier Athletinnen, die da fast parallel Richtung Ziel sprinten. Ellenwood fällt etwas zurück, Hanne Maudens gewinnt den Lauf in 24-10 inoffiziell. Und damit exakt gleich schnell wie ihre persönliche Bestleistung. Georgia Ellenwood hatte da auch die schlechteste Ausgangslage mit ihrer Bestleistung von 24-28. Und Lindsay Schwarz, trotz des Salto Nullos, hat sie so vier Saisonbestleistungen wie zumeist zum Saisonauftakt. Hanne Maudens 24-11, ganz knapp über Bestleistung, Adriana Schuweck, die ist schon mal in der 23er-Zeit gelaufen.